Also, ich weiß nicht, wir haben hier so viele Männer in der Runde, ich weiß nicht, wie viele Engel darunter sind. Ich weiß es nicht, also Herr Kachelmann hat bestimmt keine Veranlagung dazu, aber was ist denn überhaupt ein Engel? Ist das ein Mädel? Ist das ein Bengel? Ist männlich? Weiblich? Sächlich gar? Es heißt der Engel. Männlich, klar. Und sollte einer daran zweifeln, dass Männer wirklich Engel sind und zählte Garzi zu den Teufeln, der lasse sich belehren geschwind. Wer redet stets mit Engelszungen, ist Engelslieb und Engelsreihen, ist so von Kopf bis Fuß gelungen. Ein Engel kann ein Mann nur sein.